In den bisherigen Videos ging es ganz häufig um einzelne Variablen, deren Datentypen und dann im weiteren Sinne um die Verarbeitung dieser Variablen. In vielen Programmen reichen aber einzelne Variablen nicht für eine effiziente Datenverarbeitung aus, zum Beispiel wenn man Messwerte verarbeiten möchte. Müsste man für jeden Messwert dann manuell eine separate Variable anlegen, wäre eine Datenanalyse nahezu nicht möglich und das ist ein Beispiel dafür, dass es sinnvoll sein kann, mehrere Variablen zusammenzufassen. Und das ist eben nicht nur in C, sondern in sehr vielen Programmiersprachen möglich mit Arrays. Wir starten hier wieder zunächst einmal mit etwas Bekanntem, nämlich mit der Deklaration einer Variablen hier vom Typ Integer. Wie hier rechts gezeigt wird, wird bei der Deklaration für diese Variable Speicherplatz reserviert und dieser Speicherplatz hat eine Nummer, man sagt auch eine Adresse. Wenn ich jetzt noch eine Variable brauche, wird für diese dann auch wieder Speicherplatz reserviert und wenn ich jetzt noch viel mehr Variablen bräuchte, würde dafür ebenfalls Speicherplatz reserviert werden müssen. Anstatt aber jetzt jede einzelne Variable zu deklarieren, gibt es eben die Möglichkeit gleich ein Feld von Variablen anzulegen. Dazu füge ich bei der Deklaration an den Namen eckige Klammern an und gebe dann in diesen Klammern die Anzahl an Variablen an, die ich brauche. Also hier zum Beispiel 10 Stück. Und damit reserviere ich dann also Speicherplatz für 10 Variablen vom Typ Integer. Und hieran sieht man nun auch schon, dass ein Array, also ein Feld von Variablen, nur Variablen desselben Datentyps beinhaltet. Das muss natürlich nicht ein Int sein, sondern Arrays können auch Felder von sämtlichen Datentypen sein, zum Beispiel Float oder Short oder auch Character. Das sind hier jeweils Deklarationen mit unterschiedlicher Anzahl von Elementen in einem Array. Arrays vom Typ Character haben noch eine besondere Bedeutung und diese werden auch Strings genannt. Strings und deren Behandlung erkläre ich dann nochmal genauer in dem nächsten Video in dieser Reihe. So, die weiteren Erklärungen mache ich jetzt erstmal wieder an dem Integer Array, das wir hier in Zeile 4 deklariert haben. Und das Interessante an diesem Array ist nun, dass alle Elemente dieses Arrays den gleichen Namen haben. Hier nämlich eArray und über den Index, der dann in den eckigen Klammern dahinter steht, kann man nun auf die einzelnen Felder zugreifen. Dabei muss man aber beachten, dass der Index des ersten Elements nicht 1, sondern 0 ist. Wenn ich also in das erste Element des Arrays einen Wert schreiben möchte, dann mache ich das, indem ich in die eckigen Klammern eine 0 schreibe. Genau wie eine Variable kann man natürlich auch ein Array bei der Deklaration initialisieren. Die Werte der Initialisierung schreibe ich dann in die geschreiften Klammern, jeweils mit einem Komma getrennt, und diese weise ich dann dem Array zu. Alle Werte, die ich hier nicht explizit initialisiere, werden dann automatisch mit 0 initialisiert. Wenn ich also hier, statt eben alle 10 Werte zu initialisieren, nur das erste Element mit dem Wert 0 initialisiere, werden danach automatisch alle anderen Elemente auch mit 0 initialisiert. So, jetzt gebe ich die Werte aller Elemente des Arrays aus, und das mache ich unter Verwendung einer Vorschleife. Ich kann also die Elemente über den Schleifenzähler auswählen und dann ausgeben. Hieran erkennt man jetzt auch den unschlagbaren Vorteil von Arrays gegenüber einzelnen Variablen. In einer Vorschleife könnte ich ja die einzelnen Variablen, deren Namen ich ja alle unterschiedlich wählen muss, gar nicht über den Schleifenzähler ansprechen. Der Zugriff auf die Elemente eines Arrays über eine Vorschleife kann aber auch zu Problemen führen, nämlich wenn ich die Vorschleife häufiger durchlaufe, als das Array überhaupt Elemente hat. Das wäre der Fall hier in dem Beispiel, wenn ich also bei der Bedingung für den Abbruch der Vorschleife nicht i kleiner 10, sondern i kleiner gleich 10 wähle, dann wird die Vorschleife auch noch bis zum Index 10 weiterlaufen. Das wäre also der elfte Schleifendurchlauf, das Array hat aber nur 10 Felder. Und dann greift man im Speicher auf Daten zu, die gar nicht mehr zu dem Array gehören. Das sieht man hier in der letzten Zeile, i Array von 10, gleich irgendeine Zahl. Diese Daten werden dann hier in diesem Beispiel als Integer interpretiert, sind aber etwas ganz anderes. Das kann also in der Datenverarbeitung schon zu Problemen führen, aber hier stürzt zumindest das Programm nicht ab. Kritischer ist das aber, wenn man ein Array beschreibt. Hier weise ich also jedem Element des Arrays in der Vorschleife den Wert 10 zu, allerdings eben nicht nur den Elementen mit dem Index von 0 bis 9, sondern eben auch einem vermeintlichen Element mit dem Index 10, das es ja aber in Wirklichkeit nicht gibt. Und dabei versuche ich dann also in einen Speicherbereich zu schreiben, auf den ich aber gar keinen Zugriff habe. Und hier sieht man jetzt die Ausgabe. Das Programm bricht also ab, weil das Betriebssystem nicht akzeptiert, dass ich auf diese Speicherbereiche zugreife. Und die Bereichsüberschreitung in dieser Vorschleife ist also so kritisch und führt dann eben zu einem Absturz des Programms. Weil also die Länge eines Arrays eine wichtige Rolle bei dessen Verarbeitung spielt, will ich hier jetzt noch eine Möglichkeit zeigen, diese Länge mit der Funktion sizeOf zu berechnen. Werdet man sizeOf auf das gesamte Array an, dann erhält man die Größe des gesamten Speicherbereichs dieses Arrays in Byte. In dem Fall hat also unser Array vom Typ Integer mit 10 Elementen eine Größe von 40 Byte. Da jedes Element dieses Arrays also eine Variable vom Typ Integer ist, erhält man dann die Gesamtzahl der Elemente, wenn man die Größe des Arrays durch die Größe eines Integers in Byte teilt. Und hier sind es eben 10 Elemente, wie wir in der Ausgabe sehen. Und das entspricht genau unserer Deklaration in Zahl 4. So, wichtig ist aber zu wissen, dass diese Berechnung nur in dem Anweisungsblock funktioniert, in dem das Array auch deklariert wurde. Und nicht zum Beispiel in einer Funktion, an die man dann ein Array als Parameter übergibt. Das will ich aber gleich noch genauer zeigen. Bevor ich aber zu der Übergabe von Arrays an Funktionen komme, schauen wir uns zunächst noch einmal mehrdimensionale Arrays an. Bislang haben wir ja nur mit eindimensionalen Arrays gearbeitet, also Feldern, bei denen man die einzelnen Elemente über einen Indexwert auswählen kann. Arrays können aber auch mehrere Dimensionen haben, zum Beispiel bei einem zweidimensionalen Array. Bei einem zweidimensionalen Array fügt man dann bei der Deklaration an den Namen nicht nur ein Paar, sondern zwei Paare eckiger Klammern an, in denen man die Anzahl der Variablen für jede der beiden Dimensionen angibt. Und hier ist das an einem Float Array demonstriert. Ein zweidimensionales Array kann man sich gut als Tabelle mit Zeilen und Spalten vorstellen. Das Array hier hätte dann eben entsprechend 10 Zeilen und 2 Spalten. Ähnlich wie eindimensionale Arrays kann man auch zweidimensionale Arrays initialisieren, eben auch wieder mit geschweiften Klammern. Dabei erfolgt die Initialisierung zeilenweise. Die Werte für jede Zeile werden also jeweils in geschweifte Klammern geschrieben und die einzelnen Zeilen dann durch Kommata getrennt. Und alle Zeilen werden dann nochmal durch die geschweiften Klammern zusammengefasst. Alle Werte, die man nicht explizit angibt, werden dann wieder mit Null initialisiert. Um ein zweidimensionales Array auszugeben, braucht man jetzt eine geschachtelte Vorschleife, um eben durch beide Dimensionen durchzulaufen. Der Zugriff auf die Elemente eines zweidimensionalen Arrays ist also dann hier einmal demonstriert. In den geschachtelten Vorschleifen gebe ich also alle Elemente des zweidimensionalen Arrays aus. Dabei durchlaufe ich in der äußeren Vorschleife alle Zeilen und in der inneren Vorschleife die Spalten. Bei der Ausgabe sehen wir hier auch, dass die Initialisierung tatsächlich nur für die ersten drei Zeilen durchgeführt wurde und alle anderen Werte sind mit Null initialisiert. Natürlich können auch Arrays mit noch größeren Dimensionen erstellt werden. Als ein Beispiel dafür gebe ich hier noch ein dreidimensionales Array an. Grafisch kann man sich dieses Array also als einen Würfel vorstellen, der hier dargestellt ist und insgesamt aus 3x3x3, also gleich 27 Elementen besteht. Beim Zugriff auf die einzelnen Elemente dieses Arrays gibt es aber jetzt grundsätzlich keine Unterschiede zu den ein- und zweidimensionalen Arrays, die ich zuvor vorgestellt habe, nur dass jetzt hier eben noch eine weitere Dimension zu adressieren ist und deswegen gehe ich jetzt darauf auch nicht weiter ein. Schauen wir uns jetzt noch an, wie man Arrays an eine Funktion übergibt. Dazu schreibe ich nun eine Funktion, die ein eindimensionales Array mit einem Wert befüllt, der an diese Funktion mit übergeben wird. Bevor ich nun diese Funktion erkläre, möchte ich zunächst einmal demonstrieren, dass das Programm auch funktioniert und ein von mir übergebenes Array an diese Funktion eben korrekt befüllt wird. Wir sehen hier in der Ausgabe, dass die Elemente des Arrays alle mit dem Wert minus 1 belegt sind und daher das Programm also wie gewünscht arbeitet. Schauen wir uns jetzt noch die Funktion initArray etwas genauer an. Hier fällt auf, dass dem Parameter a, über den ich also das Array an die Funktion übergebe, eckige Klammern nachgestellt sind, womit man dann also angibt, dass hier ein eindimensionales Array übergeben wird. Tatsächlich ist es aber so, dass hier nicht ein ganzes Array übergeben wird, sondern nur die Adresse des Speicherbereichs, an der das Array anfängt. Das hier rechts nochmal dargestellt. Die Funktion weiß also nur, wo das Array anfängt, weiß aber nicht, wie lang das Array tatsächlich ist und daher muss man der Funktion als einen weiteren Parameter noch die Länge des Arrays mit übergeben und das ist hier der Parameter len. So mit diesen Informationen, also dem Startpunkt des Arrays und der Länge, kann dann das Array sicher, also auch ohne Gefahr von Bereichsüberschreitung durchlaufen und mit dem Wert innateVal dann gefüllt werden. Was jetzt hier in diesem Programm passiert, scheint zunächst erstmal nichts Außergewöhnliches zu sein, denn das Array wird ja wie gewünscht verarbeitet. Tatsächlich wird hier aber das übergebene Array völlig anders behandelt, als wir das zuvor gesehen haben bei einzelnen Variablen, die wir an eine Funktion übergeben haben. Um den Unterschied jetzt zwischen dem Array und einer Variablen bei der Übergabe an einer Funktion zu verdeutlichen, verändere ich jetzt hier das Programm so, dass ich für den Parameter innateVal eine Variable mit dem Namen iv statt einem festen Wert definiere und erstmal mit dem Wert 0 initialisiere. Und in der Funktion initArray wird der Wert initVal in jedem Schleifendurchlauf jetzt mal inkrementiert und anschließend gebe ich noch in der Main-Funktion nach der Ausgabe des Arrays auch noch den Wert von iv wieder aus. So in der Ausgabe sehen wir jetzt hier also, dass offensichtlich nach dem Aufruf der Funktion initArray alle Werte des Arrays auch verändert werden, aber der Wert von iv ist jetzt noch 0, also so, wie er auch vor dem Funktionsaufruf initialisiert wurde. Der Grund für diese unterschiedliche Behandlung von Array und Variable liegt jetzt darin, wie das Array bzw. die Variable an die Funktion initArray übergeben werden. Und hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich den sogenannten CallByReference und CallByValue. Diese Konzepte versteht man so richtig erst, wenn man weiß, was Zeiger oder Pointer sind. Und zu diesem Thema, genau wie auch zu dem Unterschied zwischen CallByValue und CallByReference, werde ich in dieser Reihe noch entsprechende Videos erstellen. Für den Moment soll es aber genügen zu verstehen, dass ein Array, das an eine Funktion übergeben wird, in dieser Funktion auch verändert werden kann und die Veränderungen bleiben auch nach der Beendigung der Funktion erhalten. So, zum Schluss möchte ich jetzt noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch möglich ist, mehr dimensionale Arrays an eine Funktion zu übergeben. Schauen wir uns das an einem zweidimensionalen Array an und dazu erweitere ich zunächst einmal dieses Array hier um eine zweite Dimension. In dem Funktionskopf von initArray muss man jetzt den Parameter, der das Array spezifiziert, um eine weitere eckige Klammer ergänzen und in der muss man nun aber die Länge der zweiten Dimension explizit angeben, hier also die 2. In der Funktion kann man dann wieder wie gewohnt auf alle Elemente des Arrays zugreifen und hier sehen wir jetzt dann die Ausgabe, die das Programm erzeugt. Folgendes muss man sich also merken, bei der Übergabe mehrdimensionaler Arrays muss ab der zweiten Dimension immer die Länge explizit angegeben werden, bei der ersten Dimension ist das nicht erforderlich.